Untertitelung. BR 2018 Immer schnell unterwegs. 18,45 wird es etwa. Für ihn 68,70. Jan Klein-Stäuber aus Oldenburg. Das sehe ich. Sandra Kröger von Tosein-Maschins-Trill. 56,40. Bremen 2. Jan Kohl. Der war gerade schon über 200 Kilometer mit dem Ball. Zusammen mit Lara Wallerstein. Der hat 12,40 über 2,50 Kilometer. Ein tolles Weg. Sie will Matschensläufer. Genießt die Stimmung Ende. Saugt die Gänzaut auf. Ewald Zimmermann. Wilkta. 54,21. Oliver von Tosein. Viel Spaß auf der Strecke 51,05. Alexandra Lügel. Zu. Nelgeleit. Der saugt die Strecke über 50 Kilometer. 54,98. Oben Rosk. Der saugt die Strecke 51,05. Der saugt die Strecke 51,05. Sven Haft, 50,88. Das ist ein Haarhofer. 65,75. Wir sind Engelberg. Hier und 55,94. Donald Schreiber. Überall. Und jetzt schauen. Sehen die neue Läufe. Die Strecke. Die Strecke. Und die letzten sind auf Niederlande gestartet, 70 bis 80. Julia Baitman aus Emden, 72 bis 30. Markus Vormann und ein kleiner Junge Anle. Endlich Baller aus Emden, 55 bis 20. Torsten Schulze, Karin Luft von Klinikum Emden und Toi Braun, 62,95 Valentina Sanders und die 50,32 Christopher Frey zu Studios Eye in the Sky. Jetzt sind sie erst gestartet und jetzt auf die Duoplägeleite für Stefan Brautz. Das war... Das war die Duoplägeleite für Stefan Brautz. Duoplägeleite für Stefan Brautes. Damit bin ich kleiner. Jetzt kommen du weiter.